Herzlich willkommen in der Sicherheitswelt der Baloise. Heutiges Thema, winterfeste Fahrzeuge. Ob es uns gefällt oder nicht, der Sommer ist vorbei. Wenn Sie nun wieder vermehrt auf das Auto umsteigen, denken Sie daran, auch auf vier Rädern kann Sie der Winter eiskalt erwischen. Bereits bei 7 Grad verhärten sich Ihre Sommerreifen und verlieren Bodenhaftung. Auch Glatteis kann es schon bei Plusgraden geben. Steigen Sie deshalb rechtzeitig auf Winterreifen um. Und prüfen Sie, ob Profil und Material noch in Ordnung sind. Checken Sie unbedingt auch Ihre Autobatterie. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, allfällige Rostflecken lackieren zu lassen. Denn Rost liebt Nässe und Salz. Damit Ihr Scheibenwischwasser nicht zu Eis wird, gehört im Winter Frostschutzmittel in die Wischanlage. Kontrollieren Sie doch bei dieser Gelegenheit auch die Qualität der Wischblätter. Auch Kühlwasser und Bremsflüssigkeit können einfrieren. Lassen Sie diese regelmäßig von einem Fachmann überprüfen. Nützliche Winterhelfer im Auto sind Eiskratzer, Feger und Handschuhe. Damit die Tür nicht einfriert, reiben Sie die Gummidichtungen regelmäßig mit Vaseline ein und stecken Sie zur Not ein Enteisungsspray in die Tasche. Eine kleine Tüte Splitt kann beim Steckenbleiben Wunder bewirken. Und wenn das Auto nicht anspringt, hilft ein Startkabel. Spätestens, wenn Sie in die Berge fahren, sollten Sie auch an Schneeketten denken. Sicherlich haben Sie das Aufziehen bereits im Sommer geübt. Ihr Auto ist nun Winterfied. Passen Sie Ihren Fahrstil den Wetterverhältnissen an und kommen Sie sicher ans Ziel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere nützliche Tipps rund um Ihre Sicherheit finden Sie auf unserer Homepage.